Willkommen zurück zu Happy Minecraft Und es geht dies bei der Kill So, ok Wir müssen noch mal eine Torte kraften Jetzt habe ich noch einen Abschluss So Wer ist jetzt wieder Zimmer einrichten als Lager Und welches Schlafsimmer Ja Meinen wir auf Toppetivision jetzt euch nicht erinnert so Nein Das sind die hier wirklich nicht Aber diese fällt aus Bläse So 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 7 noch So 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 Dann schmeißen wir den nächsten Säcker So 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 Ich glaub, sie sind eine Langeweile, ey. Kann man sehen, dass sie liegt in der Böhne auch. Haben wohl so deine Böhne auch. Ich find' ihn dummer viel geiler, ja. Ich find' ihn dummer, der macht viel geiler. Herr dummer Leute, die sind immer los, die waren freundlich dazu, scheiße, ja. Meine Schwester ist auch immer klug und deshalb arbeitet sie nie richtig, oder? Und so Leute anzuschreiben. Ich mach' mir Leute anzuschreiben. Oh mein Gott, ey. Aber lassen wir sie, wenn sie Hobby daran hat. Und solange sie nicht bei mir macht, werde ich sie aber schon ihre Touren ablehnen. Aber ich bin trotzdem traurig, ja. So. Ne, eine schwarze Wolle kommt gleich hier unten. Jetzt bist du nicht. Nein. So. Wolle, im Knochen, Oben, Baden, Glocken, Spinnnauge Sand, Sand, Filurig, Ähm. Hörschöpfen kommen gerade nass rein. Dann die kleinen Hedrucke direkt, vielleicht für Lebensmittel und so. So. Wohem, Bogen, Spinnnauge, ihre Vater brauchen wir. sich vorwegschmeißen. Und dann machen wir es noch mal einen zweiten Oaken. So, okay, dann müssen wir erst mal in den Kolorop fahren, weil... Ja, dann können wir noch mal brauchen. Hier ist die Kontralkraft ja auch. Und gerade den Fleischsteller wegschmeißen. Dann können wir mal Sachen wegschmeißen. So. Schön, dass wir gleich noch endlich eine Hilfe haben. Ja. Ja. Sehen beschöpft die kleinen Zombikinder beleidigt, wenn ich einen Zombie-Henning, wie einen Zombie-Henning-Flecher verleidigte. Ja, das ist geil. Ich bin cool. Das ist ein Kerl. Das ist ein Kerl. 6x 7x oder 7x 2x 2x 3x 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 4x 4x 5x 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 6x 7x 5x 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 6x 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 7x 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 8x 9x 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 10x